hallo schön dass ihr da seid und schön dass ihr eingeschaltet habt obwohl ich vielleicht in der letzten folge ein bisschen geraget habe und gegen alles mögliche geschossen habe weil mich dieses spiel ein bisschen zur verzweiflung getrieben hat ich habe die ruinenwächter innen besiegt und habe hier 33.000 seelen ich will aufsteigen tatsächlich habe ich mich dazu entschieden hauptsächlich geschicklichkeit und vitalität zu skillen gnadenlos ich will mehr leben gehen wir hier auf 20 und machen den rest in geschicklichkeit passt erstes flakon haben wir noch eine nein haben wir keine gut so ich glaube ich hier war ich angekommen es ist jetzt dann auch schon wieder ein paar tage her ich wollte eigentlich schneller wieder probieren mit diesem spiel klarzukommen aber jedes mal wenn ich daran gedacht habe war ich habe ich gedacht und jetzt heute habe ich mich dazu entschieden das über den haufen zu werfen erst mal voll erschrecken was ist hier gerade passiert von hier bin ich aber gekommen okay genau dann habe ich dieses feuer gesehen so hier haben wir jetzt den weg nach unten und eine tür hier oben lang ich guck mal was hier geht hallo ich habe auch immer noch im kopf dass ich in diese einen festung wo kommt er denn schon wieder her da kommen mitten aus dem nirgendwo manchmal mobs kann war der jetzt in dem fass drin oder hä wo war denn der festungsschlüssel ich habe einen festungsschlüssel bekommen nikki hi grüß dich ich habe heute einen leichten hall glaube ich es tut mir leid ich habe hier einen kühlschrank aus der ecke weggeräumt und was auch immer hier tut da schrecke ich mich hier gleich zweimal irgendwo ist ein drache oder so würde ich jetzt mal behaupten aber wo ich sehe nicht irgendwo ganz oben gehe ich jetzt einfach mal nach oben wie geht es dir war es lange nicht online ja die letzte dark souls session hat mich ein bisschen gebeutelt ich habe immer wieder überlegt streame ich was mache ich dann war mir auf eingefallen wie wie meine letzte wie meine letzte erfahrung war und ja die hat mich dann ein bisschen das hat mich ein bisschen jedes mal habe ich daran gedacht so ach eigentlich will ich es weiterspielen und dann ist mir wieder eingefallen dass die gegner mich treffen wo sie mich nicht treffen dürften und ich habe lange überlegt und viel rumgemacht und habe zwischendurch meinen computer noch umgebaut und viel viel gemacht viel gemacht habe auch die bin ich bin ich hergekommen bin ich bin ich hinterher gekommen die youtube sachen zu veröffentlichen und also viel viel ein bisschen auf der strecke geblieben ah der explodiert aha das war auch das was vorhin in der zelle passiert war aha okay ihr werdet gleich explodieren ja der andere auch schon explodiert nee wann explodierst du gar nicht marios grüß dich hi das spiel hat mich noch nicht ganz vertrieben nee es hat es aber fast geschafft ich hatte wirklich was ist das hier warum ist hier einfach ein leerer raum okay wie auch immer ich hatte wirklich probleme mich dazu zu motivieren weiterzumachen ganz krasse probleme helle bade ist in gefahr mech damn it schlecht was ist das denn jetzt komm ey lass mich mal hier ganz kurz ein stückchen zurücklaufen und die helle bade austauschen schnäller trinken kann man damit auch leveln ach du scheiße oh mein gott das ist schlimmer als ich gedacht habe äh wenn ich es wissen will puh eigentlich habe ich mich schon so gut wie entschieden dass ich hauptsächlich leben leveln werde skeptiker gewürz bist du kein aufzug kann ich nicht reingehen okay ich hätte jetzt gedacht das wäre dann der aufzug ach guck mal da hinten ist der nächste boss eventuell königsschwertkämpferhandschuhe ja klar so dann schauen wir mal nee okay kein boss sünderhügel mhm dass ich drei hits jetzt für den brauche ist ein bisschen nervig ja falls ich mich umentscheide werde ich laut schreien und um hilfe rufen und weinen nach mama rufen und weinen wenn es soweit ist dann ähm haut bitte ein paar tipps raus ach guck mal ah da sind auch viecher oh hi wow große seele okay gut dreimal gegen diese wand hauen ein menschenbild oh hi also der aufzug ist ja schon hier schauen wir mal wo er uns hin führt schön dass ihr alle da seid freut mich mhm dass ich euch nach meinem letzten mal noch nicht vergrault habe ich hab mich doch dann sehr beschwert und auch ein bisschen ja wie soll ich sagen vielleicht Dinge gesagt Blutungsmesser echt jetzt echt jetzt echt jetzt Oh, Mann. Hm, nee. Nee, tatsächlich würde ich das nicht sagen. Mir sind einfach Dinge aufgefallen. So, wie gesagt, dass ich in ein Schwert reingelegt werde. Dass der Gegner sich hinter mich leckt. Dass... Jetzt sind meine Seelen dort. Ist das nervig. So, wie komme ich jetzt hier... Ah, hat geklappt, sehr gut. Wollen wir den Aufzug... Ja, lassen wir ihn oben. Ist schon gut. Gott, ist das hier dunkel. Ich sehe nichts. Oh, mein Gott. Und das ist tiefes Wasser. Ich höre was. Ich höre was. Ich höre was. Oh, nee. So einer. Ach, komm, ey. Da hinten geht es irgendwie... Und da sieht es aus wie ein Boss. Hm. Und im tiefen Wasser kann ich nicht rennen, wa? Da ist sie. Kann ich hier wenigstens ausweichen? Ja. Ausweichen. Hallo. Hallo. Halt solche Sachen, ne? Diese ganze... Sachen, die von der Spielmechanik einfach schlecht gemacht sind. Und... Okay. Ich bekämpfe euch. Dass die an dem Aufzug hier sitzen müssen. Was zum... Ah, ein Tod. Will ich überhaupt da runter? Muss ich da runter? Mir... Es ist für mich wenig schwer erkennbar, ob ich auf dem richtigen Weg bin, ehrlich gesagt. Ist eigentlich jetzt die andere Hellebarde wieder ganz, nachdem ich am Feuer war? Nee. Weil die war schon geiler. Die hat viel mehr Schaden gemacht. Aber gut. Die Vanilla-Version ist einfacher. Ja, pfuch, du. Warum habe ich jetzt hier gegen die Wand gehauen? Das war... Ah, und Treffer habe ich auch kassiert. Ja, nee. Ist klar. Ja, ja. Alles easy, Niki. Das, das, äh... Das kann ich, sowas. Boah. Ja, genau. Genau. Na ja, wie gesagt. Also, einige Lags und Bugs und so und, ähm, ich habe tatsächlich beim Schneiden für YouTube genau Frame per Frame, habe ich mir die Stellen angeguckt, an denen ich, ähm, die... solche Probleme hatte... solche Probleme hatte... Da auch an, ähm, ich habe viel mehr Zeit aufgenommen. Also, die Wandɛ? Ja. Und ich war ausgewichen So, ich war ausgewichen Und der Gegner hat mich trotzdem getroffen Der Frame Bei dem Frame an dem ich den Schaden bekommen hab War ich nicht mehr in Reichweite des Gegners Und das geht halt nicht, dass ich dann getroffen werde Vom Spiel Aua, das war dumm von mir, mein Fehler Ach, er kommt nochmal Schweinerei Boah, ich seh aber auch echt schlecht hier Ich hab einen anderen Bildschirm, den ich gerade teste Den dann meine Freundin bekommt So ein Curved Monitor Und ich hab das Gefühl, da seh ich weniger Blüten-Drachenschild Jetzt ist die Frage, ob dieser Mob hier respawnt Ich hör hier auf jeden Fall noch andere Gegner Große Seele Aber ich seh wirklich schlecht Also der Bildschirm ist Wenn man Gegenlicht hat Ah, okay, das ist nur so einer Jetzt ist er weg Lol Hat er sich geduckt gehabt? Habe ich ihn einfach übersehen? Kann auch sein, dass ich ihn übersehen hatte Feuersamen Wer bist du? Achso, du bist einer von denen Ja, ja, passt Bleib sitzen Also bei mir ist gerade nur das Gegenlicht Das Problem Wenn ich das Gegenlicht nicht hätte Aber dann seht ihr mich halt nicht mehr ordentlich Deswegen So, jetzt wär's natürlich Spannend Ob's hier Also einmal die Tür aufmachen Geht das? Ne, geht nicht Das sieht Das ist auf jeden Fall eine Bosskampf-Arena Hier vor mir Ob's hier irgendwo ein Leuchtfeuer gibt Erstmal umschauen Bevor ich da reingehe Was ist das? Hä? Irgendwo ein Hebel oder ein Schalter Den ich wieder nicht sehen kann Hä? Lol Okay Also ich denke Mit ganz normalem Licht Und auch wenn man Wenn ich jetzt nicht in den Dunkelsten Räumen unterwegs bin Dann ist der Monitor super Glatterseitiger Stein Da hab ich auch noch keine Ahnung Für was ich die brauch Also hier kann man ein Feuer anzünden Da hinten ist Holz drin Ich denke das ist zum Anzünden Oh wait Moment Moment Nicht Ausrüstung Dann Hierher Dann Ich laufe jetzt nicht nochmal zurück zum Leuchtfeuer Deswegen Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen verschwendet ist Probier ich's Ja guck mal Nice Und ab auf die andere Seite Ist das jetzt angeblieben? Ich hoffe es Dass das angeblieben ist Auch auf der anderen Seite Ja Sieht gut aus So Dann Nimm mal die Dinge wieder in die Hand Und rein da Dann schauen wir mal Ein Plakon Bisschen ärgerlich Hey Oh Bist du wieder einer von den Gegnern Die mich treffen können Wenn ich sie Wenn ich trotz ausweichens Okay Uff du bist sehr schnell Keine Fucking No Fucking Chance Saufen dauert zu lang Ausweichen hat irgendwie nicht Getriggert Na jetzt geht's schon wieder los Es geht schon wieder los Okay Ist das tatsächlich das nächste Leuchtfeuer an dem dran Und muss ich Boah Ich will eigentlich nicht jedes Mal hier unten Die Mobs bekämpfen Ich will hier einfach durchlaufen Leute Was soll denn das Voll unnötig Dass ich jetzt jedes Mal hier vier Gegner bekämpfen muss Ich hoffe der doppelklingige Typ da unten ist Ähm Hallo Jetzt Ich weiß immer noch nicht ob ich hier richtig bin Also Wir haben schon wieder einen Gegner Bei dem ich erstmal Kein Fenster zum Saufen gesehen hab Hm Und ich habe nicht meine stärkste Waffe ausgerüstet Wenn ich jetzt Wenn es jetzt wieder schief geht Gehe ich erstmal Waffe reparieren Wäre jetzt natürlich auch sehr schön Wenn ich Den hier unten nicht nochmal bekämpfen muss Er ist immer noch da Okay Okay ich muss ihn nicht bekämpfen Ich kann so dran vorbei Sehr gut Ja das geht Die vier oben Die muss ich halt bekämpfen Und das ist ein bisschen ärgerlich Minimal ärgerlich Okay Ich kann ihn nicht zweimal hauen Shit Doch hier konnte ich einmal kurz zweimal hauen Er hat mich getroffen Obwohl es Keine Ahnung Er macht einen Ansturm Obwohl er noch nicht auf mich ist Obwohl er sich noch nicht umgedreht hat Erhöhte Reichweite Haben wir wieder am Start Er kann mich angreifen Obwohl eigentlich die Zeit nicht Es ist so blöde ne Es ist so blöde ne Haha Ich darf wieder nicht getroffen werden Weil meine Zeit einfach nicht ausreicht zum Heilen Ach ja Okay Alles klar Dann laufen wir jetzt ein paar mal in den rein Bis ich es mal zufällig schaffe Ich habe mir gerade den Kopf so Dimmdimmdimmdimmdimmdimm An der Leiter angehauen Gut also Ähm Könnt ihr zweimal rauskommen Kommt ihr raus Oder Ja Das ist blöd Ey Komm Naja gut Immerhin weiß ich Dass ich die Flakons auch verbrauchen kann Bis ich bei ihm bin Weil Ich habe eh keine Zeit Zum Saufen Ja Und Ja 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 Wenn ich mich ein bisschen zurückhalte Und nicht so gierig auf Schaden bin Weil ich ihn schnell besiegen will Ach, ich wollte die Waffe reparieren Shit vergessen Gut, also wir haben exakt das gleiche Prinzip Wie bei den Ruinenmächtern tatsächlich Es ist Und auch schon beim Gegner davor Der Schlag, das Ausweichen Wie ich ausweichen kann Und so weiter und so fort Ist genau gleich Wie auch beim Verfolger Das heißt, es ist einfach nur Ein leichtes Taktieren Ich muss halt ein bisschen vorsichtig sein Prinzip funktioniert genau gleich Ich mache relativ viel Schaden Auch mit der Hellebade schon, aber Ja, ich kann einfach nicht ausweichen Ey, ist das doof Ach ja, und die minimal erhöhte Hitbox des Schwertes Die ein bisschen länger ist als sein Er hätte mir allerhöchstens durch den Stoff geschnitten Aber ich kriege den vollen Schaden Und eine Stagger-Animation Gut Ähm Bum, 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 bum Die dickere, helle Bade ausrüsten Die dickere, helle Bade ausrüsten Und da ich nicht getroffen werden darf Ja, wobei, ne Ist eigentlich wurscht Ich nehme auf jeden Fall Menschlichkeit Ähm Ich hatte kurz überlegt Ach kacke, habe ich ja nicht Ja, warum darf ich nicht Start drücken Bum Er wastet Meine Zeit Ah, ich muss hier Namenlos, namenlos Große Seele eines Namenlosen Reicht das? Ach, keine Ahnung Komm, wir schlucken die anderen beiden auch noch Was ist das hier? Skeptikergewirr Senkt benötigten Willen eines Zaubers um eins So eine Wurzel habe ich noch Diesen Baum Samen Dann habe ich so glatte Perlen bekommen Vorübergehend die Finsternisabwehr Schlecht vorübergehend Giftresistenz Stellt Ausrüstungsrobustheit wieder her Da ist sogar Reparaturpulver Hätte ich sogar Aber jetzt bin ich gerade bei ihm Deswegen Äh Reparieren Yep So Dann will ich noch Das hier benutzen Und Die austauschen Gut Ich habe halt keinen Auftrag Das ist ein bisschen Mist Ich hätte schon gerne einen Auftrag Dass ich zumindest eine Ahnung habe Wo ich hin soll oder so Ey warum geht denn diese Diese helle Bade jetzt so schnell kaputt Die ist doch sonst nicht so schnell kaputt gegangen Kommt er? Hallo Hallo Warum geht die auf einmal so schnell kaputt? Hä? Gegen die Ruinenwächter bin ich zehnmal mit dieser helle Bade angerannt Und Nichts Und jetzt ist sie halb kaputt Verstehe ich nicht Sollen wir mal mit so einem kämpfen? Ne Scheiß auf den Ja 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 Ist schon okay Ist schon okay Also In aller Ruhe Ja Ich sehe Ich sehe ich sehe Ich sehe Oh, okay. Oh, okay. Autsch. Voll konzentriert gerade. Ich bin nicht viel am sprechen. Oh, oh. Puh. Ich muss saufen. Ich muss saufen. Er hat schon wieder getroffen, obwohl ich ausgewichen war. Spannende. Schon wieder getroffen, obwohl ich ausgewichen war. Mann, 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 Mann. Für den Fall der Fälle packen wir den mal ins Inventar Jetzt ist die helle Bade wieder voll aufgeladen Die ist komisch, die ist super seltsam diese helle Bade Die lädt sich irgendwie nach dem Tod auf, aber auch nicht immer Achso, doch, wenn sie noch Ah, ich verstehe, glaube ich Ihr Sacknasen Ja, wisst ihr was Es ist mir schon zu viel zu viel Damage Das ist mir schon zu viel Schaden Ja, das ist halt so ein bisschen Hilfe Das sind die I-Frames, die mir da fehlen Wahrscheinlich Dass er mich Also Weißt du, ich verstehe es Wenn er mich in der Rolle treffen kann So, okay Hier habe ich es jetzt nicht richtig gesehen Aber Bei den Ruinenwächtern Ist es immer wieder passiert Oh, fucking hell Das Bei den Ruinenwächtern ist es immer wieder passiert Dass ich ausgewichen bin Und er hat mich Er hat mir in der Rolle Schaden gemacht Aber er hatte mich eigentlich nicht getroffen Ich habe auf dem Bildschirm gesehen Dass mein Charakter Nicht mehr in Reichweite Seines Schlages war Und ich habe mir das im Nachhinein Frame by Frame Habe ich mir das angeguckt Ob ich mir das eingebildet habe Oder ob es wirklich so war Und innerhalb des Frames In dem ich Schaden bekommen habe War mein Charaktermodell Hat nicht mal Den Ruinenwächter berührt Weder seine Waffe Weder den Staubbereich Der ja in Dark Souls Auch Schaden macht Weder war ich irgendwo An ihm dran Seine Rüstung Irgendwas Nichts Mein Charakter hat nichts von ihm berührt Und ich habe trotzdem Schaden bekommen Und das Ist das, was mich tierisch aufregt Weil Das ist dann nicht mein Skill Der da versagt Sondern das Spiel Da ist das Spiel Schlecht In diesen Momenten Ich kann euch das gerne mal Ich kann euch das gerne vorführen Wenn ihr wollt Ich mache das Programm auf Ich gehe Frame by Frame durch Und dann könnt ihr es selber sehen Weil ich war mir dann selber Nicht mehr sicher Ob ich einfach Irgendwie Mir das einbilde Oder sonst irgendwas Aber ich habe es Frame by Frame geguckt Ich zeichne in 60 FPS auf Der Das Spiel läuft auf 60 Also ich habe jeden Frame gesehen Der im Spiel passiert ist Komm jetzt da raus Mann Ich will dich nicht da drin bekämpfen Wenn der andere auf mich schießt Ey Das ist doch Das ist doch Kacke jetzt Komm her So unnötig Noch so ein Ding Das hat doch jetzt nichts mehr mit Skill zu tun Dass ich nicht in diesen Raum reingehen kann Es ist einfach nur Wir platzieren die Gegner so Dass sie nicht auf dich zukommen Aber mit der Armbrust auf dich einschießen Ah ja und dann haben wir noch immer noch das Problem Das hat mich aber in Dark Souls 1 schon tierisch aufgeregt Dass die Angriffe der Gegner durch ihre Kumpadres hindurch gehen Total bescheuert Zeig das mal Ähm Ja ich glaube ich stehe hier gerade sicher Gut auch für YouTube Könnte das ja spannend sein Hallo Windows Lass mich kurz raus bitte Das war auch in Dark Souls 1 so Vorhin kam er raus Einmal kam er raus tatsächlich Da war ich auch nicht so nah dran Da ist er einfach rausgekommen Ja dann muss ich halt auch mit der Armbrust auf sie schießen Aber ich hab keinen Bock mir da irgendwelche Pfeile zu besorgen Und so ein Inventarmanagement dann noch zu machen Oh ne Habe ich es schon gelöscht Und das habe ich noch nicht bearbeitet Äh Moment 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 Äh Import Media Äh Videos Dark Souls Welches Ich glaube die 7 müsste es gewesen sein Ich glaube die 7 müsste es sein Und dann schauen wir mal ob wir hier so eine Stelle gerade finden Mal den Sound ausmachen Dann zeige ich euch das gleich Ah hier war ich Ne Dann ist es doch die 8 Ah wobei Vielleicht haben wir hier zufällig gerade eine Stelle gefunden So Dann gehen wir doch mal hier frame by frame durch Ist das Ne Ich muss näher ran Sonst springe ich zu weit hier War ich doch meinst du ich war ja genug dran So Haben wir hier gerade so eine Stelle Ich glaube nicht Ist keine der stellen Da war ich noch Da habe ich noch geübt Auf sie mit denen klar zu kommen Ne da auch nicht Ne Das ist keine von den stellen Das ist dann Ist es doch die 8 In denen das Passiert ist Mehrfach passiert ist Also ich habe mir wie gesagt auch jedes Ich dachte ich hätte es noch vorbereitet Ich hatte es eigentlich Ich hatte es eigentlich drin Mit Markern und so Aber ich habe dummerweise heute Platz machen müssen Für neue Aufnahmen Das ist es in dem Fall nicht Dann holen wir uns mal kurz die 8 rein Also da habe ich Den sogar fast gekillt Oder kill ihn sogar So habe ich da schon Schaden bekommen Ja schauen wir mal Ob hier einer dabei war Gehen wir mal rückwärts Ja das war offensichtlicher Schaden Definitiv So da gehe ich rein Hier sieht man es nicht richtig Aber Man sieht es nicht richtig Aber hier ist Hier ist auch so eine Stelle Da dürfte ich eigentlich keinen Schaden kriegen Ah wie vorbei Es könnte sein Dass mich da das Schild Getroffen hat Auf irgendeine Art und Weise Oder der Arm An der Stelle Man sieht es hier sehr schlecht Ich suche mal noch eine andere Stelle Wo man es viel besser sieht Aber ich glaube Das Problem ist dass ich das schon ausgegeben habe Da kommt natürlich auch noch erschwerend hinzu Dass die Aufnahme dann nicht mehr Frame zu Frame passt Aber vielleicht Finden wir trotzdem Einen Punkt wo es relativ offensichtlich ist Also hier ist ein offensichtlicher Damage passiert Ja Das ist in Ordnung Dann habe ich den Kill gemacht Okay Nee Dann War es nicht Hier nichts Hier vielleicht Ich wollte eigentlich noch ein zusammen Ich bin dumm Warum habe ich das nicht vorher rausgeschnibbelt Und zur Seite gelegt Wenn ich mir sowas Das muss ich mir in Zukunft merken Ich mache sowas halt auch noch nicht so lange Da passiert sowas mal dann Dass ich mir Platz mache für Aufnahmen Obwohl ich noch was mit denen Mit den Aufnahmen anfangen wollte Weil ich wollte es nämlich in einem kurzen Video zusammenfassen In so einem Was mich an Dark Souls 2 aktuell so richtig triggert Video Nee da ist es auch nicht passiert Mal gucken wann ich Schaden bekommen habe Ja ich habe es leider verkackt Ey ich habe es Ich habe die Aufnahme nicht mehr Das ist saudumm Oh warte da habe ich einen Schaden gekriegt Was habe ich gemacht Ja da war ich einfach definitiv Da habe ich die B schon gedrückt Ich bin in der Rolle Das sieht man Ich bin nicht mehr am Laufen Er springt Nee hat er nicht Da springe ich auf die Rolle Das war einfach Da war ich zu spät dran Ganz normaler Damage Absolut in Ordnung Da habe ich mich auch nicht beschwert Und dann hier Nee sieht auch nach normalem Schaden aus Ja ja Ganz normaler Damage Flong Voll eins auf die Fresse bekommen Ja sieht auch nach normalem Schaden aus hier Ja also ich glaube Diese Stelle jetzt hier zu finden Sprengt einfach ein bisschen den Rahmen Also es waren vier, fünf Stellen Es ist glaube ich dreimal bei den Ruinenmächtern passiert Und ich meine Die Sache beim Verfolger habt ihr ja auch gesehen Es ist ja nicht so Dass das Nicht auch im Stream mal sichtbar wäre Was macht mir hier Schaden Ja da bin ich zwar Nee da bin ich Da trifft sie mich bevor Aber guck mal Selbst das Du siehst oben links den Lebensbalken Und in dem Frame Und in dem Frame Kommt der Arm noch auf mich zu Der Arm hat mein Charaktermodell noch nicht berührt Aber der Schaden Ist schon passiert Obwohl Der Schaden an der Stelle erst passieren sollte Einen Frame früher Ne Also Selbst da Da sieht man schon Da ist so eine kleine Differenz So Weiß ich nicht Zu welchem Zeitpunkt Der die Trefferregistrierung Hier passieren sollte Die Trefferregistrierung sollte Meiner Meinung nach Mit der Animation Mit dieser Animation Sollte auch der Treffer registriert werden Und das ist hier nicht passiert Ihr seht selber Die Animation Vom Treffer ist noch nicht abgefahren Fängt wahrscheinlich gerade an Aber der Treffer wurde schon registriert So aber Ja Ist jetzt nicht so Dass ich sagen würde Da ist es krass Es gab einfach krasse Stellen Bei denen wirklich Ich nicht mehr Im Haben wir hier so eine Stelle Naja Ne Da Ähm Fraglich Was mich hier trifft Schon wieder so ein Ding Ich würde sagen Ich rolle unter der Waffe durch Ähm Werde aber aus der Rollanimation Rausgeworfen Und Es wird ein Hit Registriert Also Auch so Halb Bär Ja Das ist auch keine von den Stellen Wo ich mich so richtig Drüber aufgeregt habe Aber auch wieder so eine Stelle Hm Weiß ich nicht Sie ist sehr groß Die Ruinenwächter sind sehr groß Selbst wenn sie gekniet sind Und einen Schwung mit der Waffe machen Und ich in der Rolle drin bin Würde ich sagen Ich bin eigentlich unter der Waffe Aber gut Lassen wir einfach mal so dahingestellt War auch nicht War auch keine Stelle An denen ich gedacht habe Beim Spiel läge der Fehler So Keine Ahnung Was mache ich dann Dann gucke ich mich um Ich glaube ich habe dann Habe ich definitiv als meinen eigenen Fehler gesehen Da habe ich dann Backtracking betrieben Ich finde es jetzt nicht Dauert jetzt zu lang Aber es war definitiv Also es war absolut sichtbar Was da passiert war Ähm Naja Ich habe es leider gelöscht Weil ich heute Platz für Aufnahmen gemacht habe Tut mir leid Ich hätte es echt gerne jetzt gezeigt Ich habe nicht damit gerechnet Dass ihr das auch gerne sehen möchtet Aber in dem Fall Ja aber so Frame by Frame Kriegt man selten die Gelegenheit Dann Es war auch eine andere Bewegung Es war die Bewegung Wenn sie von oben haut Oder er Ruinenwächter innen Keine Ahnung Ob es eine R oder sie ist Oder ist Und ich dann Nach links Weg ausgewichen bin Da gab es eben einen Moment Da hat sie mich zwei, drei Mal Weil ich halt einfach in der Ausweichrolle So war Zwei, drei Mal Vier Mal Fünf Mal getroffen Obwohl Eigentlich mein Charaktermodell Nicht mehr im In ihr drin In ihrem Schwert Sonst wo war Also nicht mal so wie eben Mit dieser Ausweichrolle Unter der Waffe durch Sondern Die Waffe war neben mir Die kam von oben Und ich wurde trotzdem gehittet Und da ist es halt dann Wirklich schwierig Und ich meine Das Gelagge beim Verfolger Habt ihr selber gesehen Okay Registrier meine B-Taste Halt nicht Registrier es einfach nicht Ist in Ordnung So jetzt können wir anfangen Ach er schlägt da ja noch mal zu Ach Kollege Ich muss saufen Ich will unbedingt saufen Da ist schon wieder so ein Hit gekriegt Oh scheiße Fuck Ey die Gegner sind alle Ähnlich Wie der Wie der Artorias Auch diese Bewegungen Hab ich schon beim Artorias Und beim Verfolger gesehen Irgendwie minimal uncool Und lame Fuck Ich muss wieder saufen Fuck Kann ich's nachholen Das Problem ist dass Die Frames jetzt nicht mehr Ganz aufeinander passen Also ich hab nicht mehr Die Ingame Frames In direkter Aufnahme Das Deswegen kann ich's nicht mehr Ganz so schön darstellen Leider Ja Ja Genau Ah Ich muss ja Cheers Eh Shit skilled Heute müssen Ah, okay. Wohin hat das geklappt? Ja, ich hab... Ach, das war dumm von mir. Das wäre richtig cool gewesen. Ach, jetzt holst du dein Schwert raus. Jetzt geht's auf einmal. Jetzt kannst du kommen. Gerade eben nicht. Jetzt konnte er kommen. Seltsam. Äußerst seltsam. Tschüss. Ichucke. 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 Okay. Man. Man. Scheiße. Knappes Pferd. Wie er sich mitdreht. Ist das dumm. Oh Mann ey. Ist das bescheuert ey. Oh Mann ey. Habt ihr das gesehen ey. Das war schlecht. Im Stillstand. Stillstand Animation und er dreht sich mit mir mit. Voll dumm. Hässlich. Auch noch sehr sehr hässlich anzusehen. Okay. Und wenn ich ne Waffe raushol, dann dauert es einfach 100 Jahre die Waffe zu wechseln. Aber dieser Ork, der da mit der Armbrust um die Ecke steht, wenn der sein Schwert rausholt, kann er sofort zuschlagen. Stirb. Dreckiger Ork. Das wurde übrigens korrekterweise angemerkt, dass ich ja auch Orkinnen sagen muss, weil ich kann ja auch nicht erkennen, ob das männliche oder weibliche Orks sind. Voll blöde Stelle hier. Ach. Hallo. Hol dein scheiß Schwert raus, Mann. Oh Mann. Warum stehen hier Orks rum? Und er gibt mir einen Headshot. Oh Gott. Auch hier wieder. Ihr habt ihr seht, wo der Pfeil steckt. Ihr habt gesehen, wo der festgesteckt ist. Das war kein Treffer. Was da so einer steht, ne? Im Wasser. Auf dem Weg zum Boss. Oh Mann, ey. Ach ja. Klar. Okay. Du Bastard. Du Bastard. Da bin ich mir jetzt auch wieder nicht sicher, ob das ein Treffer war. Ja, schwierig zu sagen, ob da die Hitbox, ob das wieder gepasst hat. Es ist so im Halbdunkeln, ist es einfach auch schwer erkennbar. Eigentlich könnte ich die Jungs da unten mit der anderen Hellebade bekämpfen, dass die auf jeden Fall ganz bleibt. Weil es ist gerade scheißegal. Ich brauche drei Hits für sie. Willst du mich nicht nochmal hauen? Willst du mich nicht nochmal hauen? Ist okay. Auf dem Weg dahin stehen sie am Aufzug. Mitten im Nirgendwo. Warum stehen da Orks rum? Gut, die Boys, die da... Der eine, der da aufs Meer guckt, der hält Ausschau nach feindlichen Schiffen. Der hier. Der passt auf, dass im Hafen nichts vor sich geht. Ja, du solltest mal die Kumpels deiner Wache... Mit denen solltest du mal reden, dass die gefährlichste Helfen sollen beim Ausschau halten und sich nicht hier im Turm verstecken und ein Bierchen saufen. Kommst du jetzt mit? Danke. Kommen Sie bitte. Schwere Armbrust. Okay. Was macht eigentlich die alltägliche Frucht? Die habe ich jetzt auch schon echt häufig. Ist das alltäglich stärkt vorübergehende Giftresistenz? Alles unnütz. Alles unnütz. Ja, ja. Schon okay. Das ist alles unnütz. Ich bin mir nicht mehr. 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 Willkommen zurück, Niki. Grüß dich. Oh oh. Puh, lucky. Hm. Läuft. Hm. Ja, ja. Okay. Auf einmal tust du vollkommen andere Dinge als sonst immer. Ich habe saufen gedrückt, aber es wurde nicht ausgeführt. Keine Ahnung warum. Guck mal her, du. Ach ja, jetzt schlägt er wieder ein zweites Mal zu nach der Nummer, ne? Ja, ist okay. Ist okay. Alles okay. So, jetzt muss ich was prüfen. Und ich sage, danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Der ist nicht so hart. Ich bin schon fast dabei, ihn zu besiegen. Ich bin schon kurz davor. Also, ich wünsche euch was. Einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Bis dann, tschüss.